Geldsysteme – Allgemein Teil 2 Das Rennen Viele Menschen brauchen ein Bild, einen Vergleich, um die Zusammenhänge zu verstehen. Ich gebe Ihnen eines, wenn Sie zu diesen Menschen gehören. Für alle Zuhörer, es gibt Bilder dazu im Video, die ich versuche für Sie zu beschreiben. In den Grafiken werden Verhältnisse visualisiert, die jedoch keine zahlenmäßige Entsprechung haben. Ich bin mir sicher, bei empirischen Untersuchungen werden diese Verhältnisse näherungsweise festgestellt werden können. Da aber leider zurzeit auch die Wissenschaft nicht mehr dieser, sondern vermehrt monetären Interessen folgt, dürften diese Untersuchungen aktuell nicht durchgeführt und selbst wenn nicht veröffentlicht werden. Status 1 Tafel 1 Geldsysteme lassen sich in einigen Belangen mit einem Rennen vergleichen. Einem etwas Speziellen, wie in der folgenden Grafik dargestellt. Es ist ein Rennen nach monetärem Vermögen. Es hat kein Ziel außer jenem, möglichst weit vorne mitzulaufen. Ohne Ziel ist augenscheinlich auch kein Ende auszumachen. Es ist keines vorgesehen. Das Bild beruht auf der Logik des Geldes und der Schlüsse, die sich zwangsläufig daraus ergeben. Das Rennen selbst findet auf einer nicht endenden Laufstrecke statt. Mit der typisch roten Grundfläche, weiße parallele Linien begrenzen die Bahnen, die jedoch für das Rennen selbst keine Bedeutung haben. Sie verleihen der Aktionsfläche lediglich das typische Aussehen. Wer mag, kann sich dafür eine Bedeutung ausdenken. Über diese Fläche verteilt, läuft das Feld der Läufer, durch gelbe Punkte dargestellt. Dies sieht man einfach gut. Die Verteilung der Läufer entspricht der Verteilung der Vermögen in einem Geldsystem. Dieses Feld teilt sich in mehrere Zonen, welche entlang der Bahn auf gelbem Hintergrund bezeichnet sind. Die Zonen sind folgende. Die Ultraspitzengruppe Diese befindet sich ganz vorne. Es ist eine Gruppe, die sich jeglicher Öffentlichkeit entzieht. Niemand kennt sie, bis auf ein paar wenige. Kein Medium berichtet über sie, denn diese Gruppe wünscht keinerlei Öffentlichkeit. Ihr Reichtum speist sich aus vielerlei Quellen des Finanzmarktes. Doch die Verbindung zur Realwirtschaft ist sehr, sehr lang. Ihr Interesse liegt einzig und allein im Erhalt ihres Status. Auch ihre Distanz zum Rest der Menschheit hat solare Ausmaße. Sie sieht sich als Elite der Menschheit vor allem qualitativ. Teilweise sogar als eine spezielle Menschenrasse, die gottgewollt über allen anderen steht. Dass durch ihren Reichtum und die zu dessen Erhalt durchgeführten Aktionen Menschen sterben, berührt sie wenig bis gar nicht. Gelegentliche Mitleidsbekundungen wirken heuchlerisch. Ihre Existenz gilt als Verschwörungstheorie. Doch aufgrund der Geldlogik existiert sie. Die Spitzengruppe folgt der Ultraspitze. Sie ist medial präsent und damit in der öffentlichen Wahrnehmung, welche durch die Presse bewerkstelligt wird. Ihre Existenz kann somit, im Gegensatz zur Ultraspitze, nicht geleugnet werden. Sie wird glorifiziert, sodass die Mittel- und Unterschichten nach deren Status streben und streben sollen und ihre Arbeitskraft dafür einsetzen, diesen zu erreichen. Die Mittelschichten In der vorderen oder oberen und hinteren oder unteren Mittelschicht versuchen sich größere und kleinere Unternehmen zu halten oder zu steigern. Sie wähnen sich in diesem System erfolgreich, fühlen sich mit ihm verbunden und glauben daran. Sie fordern häufig, dass sich der Staat mit seinen Regeln doch aus dem Markt zurückziehen soll. Für einen gesunden Markt brauche es nur Angebot und Nachfrage. Was sie aber tatsächlich meinen, ist die Bevorteilung größerer Unternehmen durch den Staat mittels Steuergeschenken. Wieder wird der Ruf laut, dass die Mittelschicht doch gestärkt werden muss. Eben durch jenen Staat, der sich doch gefälligst aus dem Spiel von Angebot und Nachfrage heraushalten soll. Aber eben nur so lange, wie der Vorteil beim eigenen Unternehmen liegt. Sie übersehen dann gerne, dass in der freien Marktwirtschaft fast alle Mittel erlaubt sind. Eben auch die, sich für zufriedene Wähler bezahlen zu lassen, soweit diese auch Lohnarbeiter sind. Wer in diesem Rennen zurückfällt, ist einfach nur ein Verlierer. Und diese rufen dann plötzlich noch lauter nach staatlicher Hilfe. In dieser Schicht finden sich aber nicht nur mittlere und größere Unternehmer, sondern auch besser verdienende Lohnarbeiter. Aus dieser Schicht nährt sich vor allem der Reichtum der Spitze und Ultraspitze. Sie sind häufig deren Zielgruppe, denn ihr Einkommen ist noch groß genug, damit sie auch höhere Preise zahlen und sich leichten Luxus leisten können. Die Mittelschicht selbst versucht, sich vor allem gegenseitig zu drücken, einander auszuzehren. Das bedeutet, Geld wegzunehmen. Auch wenn hin und wieder Kooperationen eingegangen werden, so dienen sie letztlich nur dem Zweck, einen monetären Vorteil daraus zu ziehen. Das bedeutet, gemeinsam dritten Geld zu entziehen und sich dieses, vertraglich festgelegt, aufzuteilen. Manchmal mündet das in einer Fusion, manchmal in einer Übernahme, manchmal trennen sich die Unternehmen auch wieder. Das hintere Mittelfeld versucht, das Geld manchmal den vorderen Teilnehmern zu entziehen, doch meistens gelingt das lediglich bei Mitstreitern auf gleicher oder niedrigerer Ebene. Beim Versuch, weiter vorne liegenden Unternehmen etwas zu verkaufen, kommt es noch häufiger vor, dass jene größeren, also weiter vorne liegenden Teilnehmer, die weiter hinten liegenden einfach übernehmen, statt mit diesen Handel zu treiben. Für den Unternehmer, der eine Übernahme zulässt, ergeben sich Vorteile. Die Verantwortung wird geringer, das Vermögen mehr. Sein Gewissen für die Entlassungen beruhigt er damit, dass jetzt neue, fähigere Menschen dafür verantwortlich sind. Dass jetzt neue, fähigere Menschen dafür verantwortlich sind, die schon wissen, was sie tun. Die Unterschichten Die Unterschicht bildet den unteren Rand der Medialen, vor allem aber der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Dort tummelt sich die sogenannte Masse und bildet den Hauptteil des Massenmarktes. Vom Standpunkt der vordersten Schichten aus, also der vorderen Mittelschicht, der Spitzen- und sowieso der Ultraspitzengruppe, entschwindet die Tatsache, dass es sich hierbei noch um Menschen handelt. Sie haben zu diesen keinerlei Verbindung mehr, auch wenn sich ihr Vermögen ebenfalls durch diese Geringverdiener aufbaut. Denn sie stellt die zahlenmäßig breite Masse ihres Absatzmarktes dar. In dieser Schicht findet man Kleinstunternehmer und Produktionsarbeiter. Menschen, die man als normale Bevölkerung, als Durchschnitt versteht und die nur höchst selten in den Geschichtsbüchern erwähnt werden. Ihnen geht es weniger darum, enorme Gewinne zu generieren, sondern eher darum, einigermaßen schuldenfrei über die Monate zu kommen. Sie hatten nie Zeit, sich umfassender der Bildung zu widmen. Ihnen ging es darum, ihren Lebensunterhalt zu sichern. Und in diesem Streben nahmen und nehmen sie sich jedes Jahr eine Urlaubszeit, in der sie zu Kunden der Reise- und Urlaubsindustrie, zeitweise der Wellnessindustrie werden. Die Subunterschicht wird medial und damit gesellschaftlich nicht mehr wahrgenommen. Die sichtbaren Bettler auf der Straße sind dabei nur ein sehr kleiner Teil. Der größte Teil müht sich abseits der Öffentlichkeit ums Dasein und versteckt sich teils schamhaft. Zu ihr zählen nicht nur Bettler, sondern auch Sozialhilfeempfänger und Niedriglohnarbeiter, die sich von ihrem Einkommen kaum ihren Lebensunterhalt leisten können. Über sie wird in den Medien nur gesprochen, wenn man sich dort, heuchlerisch, über die Zustände in der Arbeitswelt auslässt. Denn schliesslich helfen die Medien mit, ein Weltbild zu generieren, in dem die Verhältnisse, so wie sie sind, so sein sollen. Es sind die gleichen Medien, welche die vordere Mittelschicht glorifiziert und als erstrebenswertes Ideal darstellt. Wohlwissend, dass deren Reichtum eben auf der Ausbeutung der Unterschichten basiert. Selbstverständlich. Schliesslich sind auch Medienunternehmen Unternehmen. Und auch sie profitieren von den Verhältnissen, so wie sie sind. Und von ihnen wird die Empörung darüber so gemanagt, dass sich diese Verhältnisse keinesfalls ändern. Auch außerhalb der Rennbahn finden sich Menschen. Es sind solche, die nur sporadisch am Geldsystem teilnehmen, die sich aber nicht um Reichtum kümmern. Sie leben größtenteils autark, außerhalb des Geldsystems und nehmen nur dann daran teil, wenn es unausweichlich ist. Es sind Aussteiger, die freiwillig aus dem System ausgeschieden sind, zu diesem möglichst Distanz halten. Andere fielen auch durch die Maschen des Sozialsystems und damit komplett aus dem Rennen. Auch sie existieren und werden von Hilfsorganisationen zur Spendenanimation missbraucht. Im nächsten Beitrag beschreibe ich die Funktion des Rennens. Danke fürs Zuhören.